hier sind noch mehr sehr gut, Hatsan, los das gibt's ja nicht ah jawohl, danke das ganze Zeug nehmen wir natürlich mit und gleich sind wir da oh mein Gott, wie ich immer die falschen Knöpfe drücke ne, halt, ich drücke den richtigen Knopf nur zu spät was für ein Trottel, ey Baumhaus was ist hier los, der Affe nimm das nimm das, du, kümmer ab schön gemacht, Jonas das war dead move Schutzgummi erhalten Schutzgummi ist immer gut so, was machen wir jetzt wir heben das nochmal auf hier geben wir bitte aus dem Weg ich will es zu gerne werfen aber ich hab Angst, dass es kaputt geht deshalb lieber so safe was ist das für ein Seil da? wie wird denn das? aha Donald Donald wow, voll abgewehrt das dummer Affe das hab ich fast in jedem Gebiet hab ich diesen Affen gerettet, oder? gut, hier fehlt's noch in der Mitte so ein Bambus dickicht oh, guck mal, wie viele sind geiler Wutschmoof oh, Donald, ey, ganz ehrlich gar keine Verteidigung das wow, wieviel tatarzan dankeschön, feuergummi so äh, falsche Richtung oh, schon wieder was, bleibst du noch am Leben hier geht nicht warum gleich mit dir Donald ist aufgestiegen normaler Herbstlose kleine kleine Finsterlinge mir fehlt so eine Attacke wo er so Wind fliegt mit dem Schwert noch so wenn der Gegner ein bisschen weiter weg ist das das gehört noch dazu wo sind die kleinen bam weg mit dir so, jetzt haben wir's hat er gute Tatsachen hier so viel nein, er hat nur drei Stücke und hat alle drei schon verbraucht hat er ja wirklich drei Potions dabei Zeitlager, ja, sehr gut Blitz na 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 boom, Tatsachen, level up coole Moves, ey Anleitung 1 so, Erstellung von Aether Zutat eine ein Potion okay Anleitung 3 das ist das Kochrezept das ich will jetzt hier Eta machen verdammt ach, fast nicht gedacht wiedersehen erwischt bam na 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 jawoll konter gelernt wow wieso wieso fliegt ihr auf einmal so viel Geld so viele Tane wow nice Kochkurs beendet ja, aber wie mach ich denn ah, hier mach ich das hey, äh, hinzugehen kühl das actual Experiment beginnt Potion hinzugetan und jetzt kühlen deep breath okay Eta halten yeah danke ich würde gerne nochmal machen gut, aber wir haben eine neue Ability Konter schade Konterangriffe je höher die Trefferquote desto schneller die MP-Heilung gleich zwei Stück schlage Gegner vor dir in schneller Abfolge verursache gelegentlich kritischen Schaden und Analyse ich habe immer noch keine AP bekommen okay na, was kann Tatsam bitte alles okay ich sah an der Konter kann er nice, okay Donald hat nichts gelernt gut ich gehe mal kurz hier rein ich kann es mal den hier machen ich hoffe Mr. Clayton ist wohl auf ja, wo sollte denn der sein bitte gut oh ich hätte speichern sollen mache ich jetzt auch mal schnell schnell speichern weil da war ein Schuss und das ist der gute Mr. Clayton was bist du denn für einer der hat gar keine Energie oh, da hinten ist er wieder okay was macht er denn jetzt das ist ein seltsamer Gegner hm ich habe vergessen, was ich mit denen machen muss irgendwas war mit dem besonders aber ich weiß nicht mehr, was das war hallo Clayton oh oh seine Pfeife du schon wieder Aua boah, da hat wesentlich mehr Energie als vorher wo seid ihr? da hinten sind sie oh oh so nicht da hast du aufständlich wechseln das boom 150 AP reichszahn erhalten uh oh ho und die die zwei sind in gefahr ganz schnell brutal dieser tatsache ein echtes tier so verdammt ich dachte wir hätten ganz kurz zeit damit ich mir mal kurz die ringe anschauen kann ich habe es nur den die abwehrkraft steigt okay was können wir hier alle feuerschäden 20 prozent abwehrkraft steigt je mehr getragen wird desto effektiver alle feuerschäden 20 also alle steigen geringfügig das ist okay das ist okay gut 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 meine angriffs ja sehr gut das ist auch ein gutes teil hier dass ich mal so das ist doch cool meine angriffskraft steigt und ich kriege ein erfahrungspunkt mehr erfahrungspunkt meinen ja wie ich es nennen soll meine ap halt dass war wiedersehen bisschen leveln hier immer gut damit wir gegen serbrus kämpfen können dann da mal hergules kämpfen wir noch nein gesehen kann sein hier für die ha ha warte wer der echte ist oder was was kann man doch erkennen fragt es war der in der mitte an was erkenne ich das an was erkenne ich das tatsächlich der der sich bewegt okay welcher ist es alle haben sich bewegt ich hasse dich so ein dummer gegner na wir nehmen mal kurz hier aus der truhe so eine mega portion so sind alle gehalten da ist wieder dieser kleine 1 nichts gebracht blitz nichts gebracht und alles gar nichts das machte da keine ahnung irgendwas gerade falsch gemacht wieder okay also rein hey wo ist jay was ist los tat sein irgendetwas kommen jane in gefahr jane in nähe bei baumhaus das klingt nach ärger gehen wir muss ich wieder den ganzen weg da vorne hinlaufen scheiß auf euch oh donald ist aufgestiegen sehr nice hat er was gelernt mp hast mp handlung wird beschleunigt okay das kann man weg machen das soll er kriegen ich habe keine ahnung wie ich diese kisten kriege aber ihr könnt es mir gerne in die kommentare schreiben ein paar folgen später werde ich es machen beinahe hunder geflogen erstmal zurückspringen hopp und den ganzen weg wieder zurück zum baumhaus sehr gut ich muss nicht mal hinschauen weiß wohin ich muss neun was war das denn oh was ein fail was für ein fail ok dann halt nochmal sorry leute dass ich hier auf dieser einen seite dunkel bin weil ich habe die lampe nur hier und kann sie jetzt nicht umstellen weil sonst müsste ich echt zu viel umbauen hier oh ich hoffe es stört euch nicht sollte sollte auch so funktionieren denke ich mal oh das problem ist er schwingt genau im falschen moment so ok wir sind gleich da gleich da gleich haben wir es geschafft bald haben wir es geschafft nicht mehr viel so wunderbar hör auf mit dem quatsch die große dunkle frucht sieht verdächtig aus ok jetzt fängt das an alles klar cd du du weg weg sehr schön tatsam hast du gut gemacht damit noch ein nein nicht mit uns ba ba hat man wie viele sind es noch noch eine ich schaue mal kurz mal die frucht an hopp bringt nichts erst mal die kleinen weg haben vielleicht nicht da gut gemacht geist wollen die immer neu oder wollen sie uns einfach nur trauen das sonate in ruhe die pflanze ist aufgegangen bis auf gut 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 sie bleiben geschehen oh nice danke sehr gut noch wie dumm ist das auf fällt das ich hänge nach oben dran dahin komme ich aber nicht doch einfach so fahr fahr habt ihr das gesehen so fahr 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 ok h fahr fahr toten baum ich weiß nicht wohin sehr gut ich weiß ehrlich gesagt nicht wohin wir sollen da gibt es den weg gehen noch mal kurz zurück wir reden mal mit den zwei müssen wir nur für das helfen ja aber weg ich schau mal kurz hier irgendwas finden also hier ist es nichts dann einfach nur hier entlang hier lang und dann hier runter kurz mal level also healing hier runter erstmals leiden und diesmal nicht vergessen wir können auch nach links darf das nicht vergessen ba 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 nice move hier nein da kann ich doch nicht lang oder was egal kleiner wicht was hast du für was soll ich machen das war es nicht wo bist du irgendwas machen wenn sie hier diese komischen sachen machen okay das ist dann da was ist das wenn er so schläft was ist das wenn das so tut nein ich idiot das wollte ich eigentlich machen okay wo ist der da die mausen weg hier ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr scheiße ich kann nicht mehr zaubern nein hau ab ich gehe noch mal kurz rein heilen speichern also verschiedene angriffsmuster das was ich gegen das scheiß ding benutzen muss ich habe jetzt ehrlich gesagt keine zeit ich dachte hier sind sie gehen wir eins weiter nicht ich habe hier das ist nicht das ist das ist nicht Nicht Clayton! Wut! Oh oh! Aua! Oh, der hat massige Energie! Ich muss Donald heilen! Ich habe mich geheilt! Donald! Wenn das... Scheiß Chamäleon da! Ja und das Ding kaputt! Hau das Ding kaputt! Was passiert da? Wir können entweder auf ihn... Das machen wir jetzt auch mal einfach! Boah, es verfolgt einem! Das ist nicht so nett! Hier! Das ist nicht geheilt! Nein, 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 nein! Wir haben ihn gleich! Das ist echt eine fiese Attacke, du! Nice! Ihn haben wir besiegt! Oh, das reicht ja schon, wenn wir ihn besiegt haben! Ja, nice! Ja wunderbar! Warum dann auf das scheiß Chamäleon gehen? Klaihton! Klaihton! Die Kraft der Heilung erhalten! Ja! Die magie wiedererlernen! Ja wunderbar! Sehr gut. Sehr gut. What? Danke schön. Tarzan, nach Hause. Okay. So, jetzt können wir hier mal ganz kurz... Ähm, wo war das nochmal, wo wir das hier ändern konnten? Wo war das nochmal? Hm. Ah, hier war es, genau. Ah, guck mal, hier kann man sagen, was er... Was er machen soll, was er nicht machen soll. Okay. Hm. G of normal, Magie, Opfer, Magie, bla bla bla. Ah, lassen wir das. Aber hier kann ich ändern. Machen wir... Aus Eis machen wir Vita. Sehr gut. Jetzt können wir auch Heilung... Sehr cool. Wasserfall. So... So...